Es geht los, Kiotter. Ja, Alter, komm. Lothar, äh, Dings, der ist sogar kaputt. Ich glaub, machst du, dann mach ich das. Oh. Ich hau ihn. Der steht da drinnen. Er verkauft gerade. Warte, bis er noch einmal verkauft. Ja, das startet schon da hinten. Ja, komm jetzt. Warte, er geht gerade raus. Jetzt, 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 jetzt. Ich mach jetzt die nächste Fuhre. Wenn du reingeht. Jetzt, 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 jetzt. Überfall Ende hoch. Überfall. Überfall Ende hoch. Guten Tag, der Herr. Überfall. Hast du noch mehr vom Zeug? Oh, der ganze Noob. Wir dürfen ihn nicht ausrauben. Doch. Nein. Ich geh halt mal in einer rüber. Ach komm, weg hier Digga, die dürfen ja gar nicht überfallen. Wollen wir das Auto klauen? Er hat nur Bonos. Ah lol. Stecker. Weg hier. Hey Guy. Denkst du. Da hast du gesehen, was er gemacht hat. Der hat in dem Schutz, was durftest du denn? Achso, ich dachte, ich schiebe dich da. Okay, das war ein bisschen arsig. Der hat in dem Schutz, Digga. Oh man. Content läuft, der fällt hier an. Was? Nur zum Starte. Was für ein Auto? Irgend so ein fetter Dings, der hat nur eine Pistole. Drift G nicht vergessen, Drift G ist wichtig. Ja. Und warten bis er verkauft hat. Und Automatik stellen. Ihr dürft nur ein oder zwei mal verkaufen. Was für ein Auto? Der hat nur einen Offroad, der ist ein Noob. Nein, Digga hat nicht so, oder wie oben denn aus. Der ist schon Zugriff? Gehst du rein? Ja. Der geht nur einmal verkaufen. Der geht nur einmal verkaufen, dann nach oben. Nee, fährt weg. Scheiße. Du Idiot, Digga. Überfall stehen bleiben. Digga, mach das doch nicht. Ich habe ihn gekillt. Mein Waffenschein wurde... Scheiße. Ich glaube, ich habe keinen... Scheiße. Ich habe ihn erschossen. Ich habe ihn erschossen, Digga. Ich habe gesagt, stimmt. Ja und das zählt nicht. Digga, was? Also ich war ein Kind. Das war ein Noob, Digga. Scheiße. Das war ein Noob mit einem verfickten Offroad, Digga. Ich habe gesagt, wir rauben keine Offroad mehr aus. Digga, Digga. Sag ihm mal bitte, wie er heißt. Digga, ich war gerade mit dem im Supad. Niemand, Dennis. Ich war gerade mit dem im Supad und habe mich mit dem unterhalten und Dennis killte ihn. Der rattert ihn einfach. Und weißt du, du darfst Dennis einfach keine gute Waffe in die Hand kriegen. Und weil dann nur noch zwei Jünger, Alter. Digga, überweist ihn was. Wie heißt denn der? Guck mal, von seiner Gang Peter Farmer, Digga. Ja, du hast eine Gang, wo er jetzt angezettelt, Digga. Was? Wie kann ich nochmal aus dem Chat scrollen, wie der heißt? Ja, nein, du überweist ihn gar nichts. Jetzt haben wir eben Gangfighter am Arsch. Dennis, du abgefuckt. Warum musst du immer gleich... Jetzt haben die unsere Gruppe am Arsch, Digga. Weil du den einfach abgeknallt hast, du Vollidiot, Digga. Was war das? Ich habe dir gesagt, Dennis, dir ist schon bewusst, dass die uns jetzt jederzeit einfach ohne Dings einfach abbalankern. Deswegen überweist du, dass es in Schädigung kommt. Wie heißt denn der? Ja, genau, dass du das nicht helfen, also überweist du denen gar nichts. Doch, schau mal, dass die wissen. Digga, du überweist ihn gar nichts. Digga, du überweist ihn gar nichts. Sie kennen uns eh. Du hast Dennis gekillt. Du hast dich selbst gekillt. Nein, Dennis, überweist ihm nichts. Aber ich werde noch gleich seine Kollegen hier auftauchen. Ja und? Der ist weggelaufen. Nein, der ist schon am Wegfahren gewesen. Dennis schreibt, Achtung, wie wir auf der Aussteigen, was erstens gar nicht als RP initiiert fehlt. Das ist richtig. Das ist absolut richtig. Und dann hat er einfach abgeknallt. Deswegen will ich ihm was überweisen, weil es kein Roleplay-Wacken richtig ist. Also, wie kann ich jetzt hier ein Ding scrollen? Der ist niemand, Dennis. Ach, Digga. Aber wenn kann ich das selber nochmal im Track scrollen gehen? Ich möchte jetzt selber nochmal sehen, dass ich den gekillt habe. Digga, er schreibt nichts mit Ersetzen. Wenn nicht, hätte er einfach reinschreiben können. Und wenn nicht gehen wir einfach mit Support und ersetzen ihm das. Digga, überweist ihn einfach gar nichts. Überweist ihm nichts. Wenn er was will, dann schreibt das doch. Jetzt steht das scheiß Auto da vorne. Und jetzt wird hier keiner hinkommen. Sag ich euch jetzt schon. Ja, ganz ehrlich. Jetzt kannst du auch das Auto mit deinen scheiß abgefuckten Dietrichen knacken und den Rest verkaufen. Ich hätte dir schon alles verkauft. Ach so, ey. Jetzt weiß ich, warum die immer stehen. Wenn du immer Hutschit baust und ich dann halt immer durch das drauf bin. Und dann halt die F-Mann. Du bist auf K. Ja, das ist, das ist, nein. Kittel, bleib bitte. Das ist genau dasselbe wie, öh, ich kann nicht einsteigen. Was passiert jetzt denn wirklich? Komm Kittel, einen, einen Hullnout. Einen habt ihr euch schon geholt. Ich hab mir gar nicht geholt, das ist Rennlis. Wie kann man denn den Dings, äh. Nur weil du nicht dabei warst, heißt es nicht, dass du nicht daran schuld bist, weil du hast deines erstes da rausgesetzt. Hey. Ich lass dich nicht ran. Und jetzt steht da vorne ein Auto, Digga, was abgeknallt wurde. Denkst du, hier kommt doch irgendjemand hin, wenn er das sieht? Das ist ein gutes Argument. Und dann ne Leiche. Ja, das war's doch einfach. Vielleicht erst mal das ist vom Bräum oder so. Weißt du was? Wir steigen in den Helium, wir machen jetzt was anderes. Nein, vielleicht kommt ja jetzt gleich der nächste Loop. Kittel, Kittel. Wir warten jetzt einfach, bis der nächste kommt und Dennis geht vor. Wenn er drauf geht, hat er das verdient. Ja, man hat grad gesehen, was passiert wird, da das vorgeht. Ja, deswegen hab ich immer gesagt, wie du das vorgeht. Richtig, richtig, Ranschette. Immer ruhig. Der wollte nur Content, ich wusste es. Er wollte nur Content, der war's so, Digga, er wusste es. Er hat die ganze Zeit gebettelt. Oh, komm Kira, komm bitte für Content. Und dann hatte er seinen Content und dann wollte er es nicht weggehen lassen. Dann hat er ihn kaltflötig ermordet, Digga. Das war ehrlich, das war ehrlich fail von mir. Das war ehrlich fail von mir. Das ist wie Gott und Satan, Digga. Ob ich ja was? Seh nichts. Oh, das ist das Auto von dem Nupfer. Das ist das Auto von dem Typen, den Dennis abgeknallt hat. Ey, ist sein Auto offen? Nein, ich muss da hier. Doch, als Passagier. Das ist ein verficktes Auto angeballert. Mit seiner Leiche da drin. Steht da vorne. Wer kommt hier hin? Ich mach aber einen DLC, brauche ich dafür, um da reinzugehen. Was ist denn das denn für ein Auto? Kira, kannst du reingehen? Du hast ja wahrscheinlich DLCs, oder? Probieren wir mal, ob du reingehen kannst. Dann ist der Rebelle, Digga. Dann ist der Rebelle. Er wartet jetzt erstmal, bis die New Life Rule von 15 Minuten weg ist. Oder wie viel das ist. Warum bist du eigentlich angetaggt, Digga? Äh, liegt der noch? Nein, der ist tot. Nein, der ist so tot, Digga. Er ist einfach nur tot. Ja, aber ist der gespawnt, oder wartet der noch? Der sitzt hier drinnen noch. Dennis, geh mal weg. Alter, ich hab sein Geld. Wie viel denn? 180k, Junge. Ich weiß nicht, bei mir ging's nicht. Hä, Null uns ab. Null uns ab. Wie hat denn ihr das gemacht? Hä, wie hat denn ihr das gemacht? Ich hab doch oben aufgesammelt. Aber wieso kannst du das aufsammeln und ich nicht? Digga, keine Ahnung, aber ich hab grad einfach... Digga, dann hat er wahrscheinlich irgendein Glücklicher grad eine Mülle abgehoben. Ey, du gibst mir nur die 180k und dann geht's weiter. Nein, Digga, ich hab immer noch... Okay, du kannst das Auto wegfahren. Nein, ich bin einfach nur die fliegende Bank, ihr bleibt jetzt hier. Ne, wir fliegen jetzt weg und holen uns noch ein bisschen Kohle von den Tankstellenshops. Nein, das Ding geht, das ist scheiße. Komm, ihr könnt mir auch einfach das Geld geben und... Ach so, aber irgendwelche Randoms abknallen ist geil. Das ist Dennis. Komm. Das tut mir schon leid. Hier, du kannst jetzt das Auto mitnehmen? Das können wir vielleicht verkaufen, wir ist ja gleich ein Dingshändler. Gib mir aber nicht. Ja komm, wir lassen wir ihn. Ja, gib mir doch mal das Geld. Der muss landen. Komm rein, komm rein. Mach auf! Der hat mich überfahren, Digga. Hey Digga, was ist denn jetzt? Das war sein... Das war sein... Herzlichen Glückwunsch. Ja, mach doch nicht mehr auf. Feuerwehr rufen. Digga, der hat keine Waffe. Digga, der hat keine Waffe. Lande, knall ihn ab, Digga. Er ist halt gefahren. Ich wurde überfahren. Hä, ich wurde überfahren von Deid Crew? Aber mit denen hatten wir nichts zu tun gehabt, das war alle auch Random. Digga, ich gehe raus. Ich hab nicht gesagt, lass weg. Ja, ich muss so hochziehen, was soll ich denn machen, Digga? Ja, ne, ich meinte allgemein, warum fliegen wir nicht weg? Oder warum landest du auf der Straße? Oder warum landest du auf der Straße? Ja, warum landest du auf der Straße? Warte, mach dir ne Maske an. Das ist einfach gekallt. Was hier? Muss alles zusammen wieder regenerieren. Wenn sie jetzt ein paar Wochen nur mal die Beine hochlegen, einfach zuhause bleiben. Ja, auf jeden Fall. Okay, dann würde ich sie jetzt noch fragen. Hä? Ey, ich wurde abgeknallt oder was ist da passiert? Was denn jetzt? Alle sterben auf dem Server. Ey, vielleicht machen die ein Restart und wir haben doch das ganze Geld. Was passiert? Was passiert hier mit, dass alle sterben? Alle sind gerade in den Server gegangen. Alle auf dem Server sind gestoppt. Und die wollen jetzt alle rum, weil sie Geld dabei hatten. Ja, Kira, du verpasst das Beste gerade. Boah. Das ist der, der uns überfahren hat. Der wurde gerade überfahren, Digga. Oh mein Gott. Ey, der wurde tatsächlich gerade gekickt, Bruder. Ja, ich wusste. Was? Ja, was geht denn gerade mit dem Server? Aber einfach alle auf dem Server sind gerade gestorben. Wurde der von einem Admin gekickt? Oder wie? Der wurde gebannt. Oh. Der wurde gebannt von einem Admin. Der müsste so einen Bait haben. Okay. Ey, Carlo wollte gerade wieder drauf kommen, weil er wurde gekickt. Wieder. Ja, wenn er gebannt ist, wird er, wenn er draufkommt, wird er direkt, äh, rausgehauen. Ja, jetzt komm vorbei, dann siehst du es wenigstens noch. Hackerangriff, Support einfinden mit Add H. Ja. Äh. Äh. Sollen alle in Support gehen, wahrscheinlich um Sachen zu ersetzen. Gut, gerade wieder überlebt es schon, wenn ich wieder abgest... Abge... Abge... Äh... Hingerichtet von Gott oder so. Ist ja ein bisschen, Bait. Du bist so ein Scheu, das ist so unglaublich. Das ist so unglaublich. Das ist einfach klapp, Digga. Das ist einfach klapp, Digga. Was soll ich hier schreiben, um weiter zu baiten und dass ich nicht schreiben? Boah, ich hab noch keine Übernachrichtigung. Was macht Dennis denn? Digga, Dennis baitet diesen einen, die ganze Zeit, dass ein Kliniker, der die ganze Zeit nicht nicht wird, dass er angeblich gereckt haben soll. Und der die ganze Zeit... Hä, wo steht das denn, dass der gereckt haben soll? Und Dennis verarscht den einfach die ganze Zeit, Digga. Ja. Aber ich dachte, da gab es jetzt doch einen Hecker. Ja, es sind halt alle gestorben und es sind jetzt alle im Support mit Etta. Ey, soll ich sagen, dass zwei Orcas kaputt gegangen sind, weil wir in der Luft damit waren? Ich glaube, die haben irgendwo Daten, dass sie es sehen. Ja. Ich glaube nicht. Soll ich es probieren? Hallo? Ey, soll ich es probieren? Hallo, ich bin Support. Ey, soll ich es probieren? Hallo, Hallo! Who is it? Ich bin POSSIBILDoziggutiggegeo. Schwieriggegutiggewo, ich glaube, die Sache ist einfach ein Randomcase, du es skalieren auf einem ganzen Server. Ja. Du bist bist ein Brandcase, du wenn ich es auf der ganzen Server bestellt habe. Wenn wir uns dann noch mal befreit gehen, hab ich ja. Vielen Dank.